ja hallo ich wollte wieder mal ein neues werkstattvideo machen haben es aber leute aufgeregt warum ich auch mal ein paar technische sachen einstreue aber es ist nun mal meine aufgabe solche sachen zu bauen und heute geht es um lüfter kennt ihr hier die pc lüfter die überall so drin sind das ist einer der ausgebaut worden ist und dafür sorgen sollte dass keine feuchtigkeit hinter trockenbauwände oder irgendwas kommt da werden die dann dahinter gesetzt und die ziehen dort immer die feuchte luft raus und nach einer gewissen zeit verschmutzen die halt weil halt staub angesagt wird und die kann man aber einfach reinigen man kann sie auch prüfen also ich nutze hier so ein steckernetzteil dann so ein adapter von steckernetzteil auf so eine klemme dann von dieser klemme auf eine größere lüsterklemme und dort kommt dann an den pluspol der rote an den minuspol der schwarze und das ist die sogenannte sensor leitung da hängt hier ein hall sensor drin also in diesem antrieb der keine bürsten hat sondern elektronisch kommutiert wird und er hat zwei sensoren jeder jeder sensor auf einer seite und man kann den auch relativ einfach testen indem man mit dem minuspol von dem durchgangsprüfer auf die schwarze leitung geht und mit dem pluspol auf die sensor leitung und wenn man jetzt den lüfter mal kurz anhält nicht lange machen langsam dreht da sieht man das dass es an zwei stellen durchgang hat hier am multimeter jetzt ist jetzt ist durchgeschalten jetzt ist hochohmisch jetzt durchgeschalten hochohmisch und da weiß man dass der geschwindigkeit sensor funktioniert und jetzt hat man einfach nur noch die aufgabe das ding anschalten dass es also bei 12 volt läuft und dann macht er bitte aber nur bei 12 volt ventilatoren hier mit etwas wasser hier rein sprühen die bewegung verhindert dass die feuchtigkeit in die elektronik läuft einfach hier ordentlich nass machen nur bei 12 volt machen und auch nur wenn er saubere trennung hat sonst gibt dann elektrischen schlag aber ich habe schon viele solche lüfter in ordnung gebracht dass hier eine kleine ecke abgeplatzt das macht nicht immer schön rein und dann seht ihr hier schon wie sich die brühe bildet und damit kann man also hier die dritte erhöht sich auch inzwischen schon ein bisschen so und damit kann der lüfter wird auch fünf sechs jahre laufen bis er dann das nächste mal eine reinigung braucht und wenn einfach jüdische lüster klemmen drauf und dann geht es wunderbar so ich schalte mal ab und da seht ihr schon dass das schon ganz ordentlich aussieht hier hinten kann man auch ein bisschen rein sprühen auf der seite ich zeige es noch mal zum vergleich dass er das direkt vergleichen können aber wie gesagt nur bei 12 volt und mit schutz kleinspannung machen nicht am netz direkt betreiben ich mache noch mal aus wir gucken das noch mal an so sieht er aus und ausgebaut wird und so sieht er aus einer gewaschen ist und da tut man einfach im ausgeschalteten zustand ein bisschen küchenrolle nehmen und den restlichen stäubchen noch weg machen und dann ist gut so ich denke ich habe euch wieder mal ein paar tipps gegeben es gibt allerdings auch lüfter die haben neben der gelben leitung noch eine blaue das ist dann die pulsweiten modulation und damit kann man sozusagen die geschwindigkeit des lüfters stellen diese art mit den drei farben wird angesteuert durch das absenken der spannung auf der roten leitung der dreht hat dann etwas langsamer das können wir mal zeigen also wenn ich jetzt zum beispiel hier nicht 12 volt mache sondern die spannung ein kleines mittel runternehmen das hält dass der lüfter dann auch langsamer läuft er darf aber nicht mehr kriegen also er muss mindestens 5 volt haben weil sonst brennt er durch und da fließt ein hoher strom weil die kommutierung dann nicht richtig geht und er muss sicher anlaufen also so bei 5 volt macht er das hier sieht man auch läuft er gut an bitte kontrollieren dann lieber mal noch eine kleine zack höher schalten und wie gesagt hier kann man also relativ schön die lüfter wieder sauber kriegen ich würde nicht empfehlen die ganzen lamellen von hand zu schrubben weiß einfach die geringe festigkeit von den dingern dazu führt dass es eben bricht sprechen tun die flügel und dann am ende der lüfter nicht rund läuft hier bei dem wassersprühen kann man nur machen bei 12 volt lüfter das klar sonst elektrischen schlag bekommt und immer laufen lassen bis er trocken ist das war's